hallo und herzlich willkommen zu mr loop zockt pro cycling manager 20 23 heute mit der hölle des nordens paris roubaix beim letzten mal in dem letzten jahr sind wir glaube ich nur 30 geworden also sehr enttäuschend wir haben ein bisschen was dazu gelegt keine absoluten top ksp fahrer ja sehen wir auch anhand der favoriten wir sind außenseiter und paris roubaix habe ich schon oft gesagt ist für mich das schwerste rennen im spiel ich will aber trotzdem die hoffnung auf eine top ten platzierung um es mal vorsichtig zu formulieren nicht aufgeben das ist unser ziel heute aber wie erreichen wir hier das bestmöglichste ergebnis wir werden auch hier wie zuletzt aber heute umso mehr ich werde da wirklich alles daraus ansetzen über ausreißer gruppen kommen wir haben finale sage ich mal wenn wald matthieu und code abgehen jetzt starben die alle relativ weit hinten da haben wir keine chance da haben wir keine chance mit denen einfach mitzufahren hoppel bissiger hallo die sind ja nicht schlecht im ksp bereich aber die gehören da nicht zu denen da gibt es 10 20 bessere also versuchen wir hier erst mal eine gruppe zu kommen um weit hier in dieses diese ganzen sektoren irgendwie rein zu gelangen aber wie man das so häufig kennt bob jungels wäre jetzt natürlich schon so ein heißer kandidat ich fürchte der name ist zu groß der ist so gut als dass wir in die gruppe dürfen aber wir werden es versuchen da hat sich schon mal was ganz schönes hier gesetzt theoretisch würde ich sogar mit noch mehr leuten weg gehen wollen aber besteht natürlich die gefahr dass ich dann jetzt das feld wieder bisschen in unruhe versetze ich glaube die elf da vorne sind weg aber wir gucken mal vielleicht kommt uns das am ende noch entgegen was ist wenn ich mit rein malen attackiere aber vielleicht sogar noch ein paar mehr naja da fand ich jetzt hinterher bei malen war es gar nicht sofort problematisch aber hier mit singli und schelling ich glaube das geht nicht mehr okay alles gut müssen wir uns mit abfinden wen haben wir hier vorne jens reinders der belgier und bob jungels natürlich alexei luzenko kein groß wenn man nur gaviria jonas koch jonas koch war übrigens ich habe es extra im video noch mal nachgeschaut letztes jahr ja auch noch bei uns fahrer der war tatsächlich sogar der bestplatzierte bei paris rubel auf rang 30 das muss man sich mal reinziehen also das schon kleines armuts zeugnis nichts gegen jonas koch aber ein kleines armuts zeugnis für unser team das muss dieses jahr besser werden einige kilometer später fährt die spitzengruppe jetzt auf den ersten ob stein pflaster abschnitt auf das erste paris stück geht jetzt noch nicht so mega zur sache drei sterne sektor wir haben nur noch vier minuten 20 vorsprung wir waren mal bei über sieben hier hatten wir einen wind anfälligen bereich ist jetzt nicht viel passiert also auch das hauptfeld ist jetzt nicht auseinander gerissen da hat man nichts verpasst das tempo war moderat jetzt nicht so krass wie vielleicht bei einer ua tour in der wüste mit dem wind wenn er alles auseinander fliegt weil wir hatten hier noch fast 200 kilometer aber jetzt geht es schon ans eingemachte ihr seht die zwei teams mit den beiden top favoriten also alpinzin und wismar machen natürlich hauptsächlich die tempoarbeit das ja ganz klar und es gibt die ersten reifen kann überall vorne wie hinten haller hat es gerade erwischt aber jens rein dass das viel schlimmer somit ist bob jungels jetzt vorne alleine und wir haben hier schon attacken da ist man sich schon 147 kilometer vorm ziel nicht mehr grün so will leute das ist doch scheiße wir haben es noch so weit können wir noch später immer noch machen das muss doch jetzt wirklich nicht sein rein malen hatte auch eine reifen panne also da hat es schon ein paar von uns zurückgeworfen und poppel und bissiger sind noch vorne gut unterwegs malen und haller die müssen hier jetzt versuchen wieder nach vorne aufzuschließen wollen wir rein malen ob der ist noch weiter hinten das feld fliegt jetzt hier schon ein bisschen auseinander so was wird aus jens rein dass der hängt natürlich jetzt so ein bisschen dazwischen also mit pop jungels werde ich erst mal nichts machen man mit rein dass da noch rankommen der hat ungefähr 50 55 sekunden rückstand geben mit dem jetzt mal ein bisschen gas und gucken ob wir da noch mal zurückkommen können damit der bob jungels unterstützt ansonsten lasse ich den gleich ins hauptfeld zurückfallen aber das sieht gerade relativ gut aus ja die sich in der spitzengruppe auch alle nicht so richtig einig sind das tempo ist nicht gut aber das für uns jetzt ein vorteil dass rein dass wieder zurückkommen könnte konnte sondern kann sich jetzt erstmal kurz ein bisschen ausruhen und dann wird gleich weiter geackert zum glück ist es im hauptfeld jetzt auch sehr ruhig also das tempo deutlich reduziert im vergleich zu eben deswegen wird der abstand jetzt auch wieder größer waren schon mal ja noch deutlich weniger jetzt geht es wieder über 4 30 in richtung fünf minuten wir sind jetzt knapp unter der 100 kilometer marke und jawohl da gibt es die nächsten attacken kurz vor dem wald von arenberg es gab jetzt echt eine zeit wo wir schön zusammengearbeitet haben inzwischen hat das hauptfeld auch wieder das tempo angezogen allen voran alpe 10 gaviria versucht sich jetzt alleine abzusetzen so ein das kann noch mal die tempo arbeit übernehmen für ob jungels ich weiß nicht ob das schlau ist die gruppe vielleicht dazu zerkleinern also ich hätte ja nichts dagegen mit bob jungels auch führungsarbeit zu machen wenn andere schneller fahren möchten hier aber wenn ich attackiere dann kann es natürlich auch sein dass sich nur irgendwie hinten drauf legen aber wir haben jetzt so ziemlich noch alle dabei behalten einer ist zurückgefallen und hier sogar jasper phillipsen schon von vorne das ist natürlich krass was die hier vorhaben übrigens leicht zu verwechseln so viele blaue trikots im profi peloton das ist schrecklich so wir nehmen natürlich mit jungels wieder raus weil rein das gerade erst mal nicht mehr kann hoffe die anderen machen jetzt noch ein bisschen führungsarbeit nur noch zwei minuten dreißig der vorsprung und da kommt direkt das nächste ksp stück es gibt attacken aus dem hauptfeld darauf warte ich ja sonst immer oft habe jetzt zum glück hier noch nicht ganz den postabgang verpasst mit nikias arndt und stefan bissiger wollen wir da mal mit dazu ja uns mit dazu gesellen quasi und zwar wie haben wir hier tiboneys der setzt sich hier so ein bisschen ab paulus ganna mozato turner wright mal gucken wie weit die jetzt weggelassen werden aber das natürlich eine sehr interessante gruppe mit so einem motor wie ganna ben turner hier zu zweit in neos geil da fahren wir doch erstmal mit das schmeckt währenddessen vorne rein das kann nicht mehr folgen ja dann können wir den auch gleich ein bisschen zurückfallen lassen zu der stefan bissiger gruppe nikias arndt hat jetzt seinen job ganz gut gemacht den stefan hier nach vorne zu eskortieren dahinter kommt aber das hauptfeld ja ich fürchte die kommen nicht so weit weg aber wenn wir uns erstmal bei ganna hinten dran hängen können kann ich mit leben das ist in ordnung rein das nicht an tempo einbüßen wird sie erst mal den bissiger noch ein bisschen jetzt sind wir schon wieder peloton ja wir wurden wieder eingeholt aber neue attacken okay das heißt wir ihn noch mal mit philippo ganna hier mit wo manche von der pole wald von art sind jetzt auch direkt denn ich fand poppel ist ein bisschen im hintertreffen was machen wir hier mit danny von poppel spekulieren wir hier jetzt ja ich fahre erstmal glaube ich auf position halten das wird wahrscheinlich gleich wieder zusammenlaufen das sind halt noch 73 kilometer vorne fred right noch mal weg bis siegern von poppel sind wieder am start an wale übernimmt die tempoarbeit und das jetzt die attacken im sitzen ich weiß es nicht genau er sieht so aus bisher muss jetzt erst mal bei fan art und co hier bleiben also sind noch viele leute im rennen aber wir haben schon in der sk fällt hier ich sag mal in der gc gruppe in anführungszeichen in der favoriten gruppe nur zwei leute aber dafür haben wir natürlich bob jungels immer nach vorne mit nabermann groves und so weiter und fred wright kommen dahinter phillipsen ist platt oder der hatte gerade einen platten tatsächlich weil er so stehen geblieben ist sowie schaut jetzt hier aus wie groß ist die gruppe noch du scheiße ist sie groß ja rein das wird durchgereicht und hat sich fernando gaviria noch mal ein bisschen abgesetzt aber ja ganz ehrlich das ist jetzt nicht unsere aufgabe den jahr einzuholen jetzt nimmt kann er raus läuft und attackiert drüber ich glaube das hauptfeld kommt hier gleich noch mal ran und dann sind auch fast alle ausreise kassiert groves attackiert aber die haben halt auch nicht mehr genug power anna geht genau jetzt wo das hauptfeld zurückkommt dann versuchen wir doch mit ob jungels auch noch mal hinterher zu gehen hat natürlich initial jetzt erst mal einen kleinen abstand das ist auch ein monster an bale lamper turner vielleicht könnten wir auf die gruppe ein bisschen warten jungels kann nicht mit ganna mithalten ich dumme ist das eine maschine räumen und ganna haben sich vorne dazu gesellt aber hier das wäre nicht so schlecht an bale und lampert ausnutzen es ist ein ständiges hin und her aber das macht es ja auch interessant da muss man viel micromanagen jens rein das ist immer noch in der peloton gruppe immer noch nicht weg vom fenster aber ich hier ja gleich ist es um den geschehen später halt auch keine rolle mehr wir müssen weiter aufmerksam bleiben wie sieht's um bob jungels aus ja arbeite da ruhig erstmal so ein bisschen mit anderen zusammen denn ich kann poppel ist natürlich im hauptfeld unsere beste jo da können wir natürlich auch mal auf schützen umstellen mit wasser versorgen aber das ist immer schwierig ne rein das kann diesen job leider nicht mehr ausfüllen scheiße reifenpanne von stefan bissiger ja bei der gelegenheit eben noch mal was zu trinken holen okay aber man das sah schon zu gut aus ich weiß sie sind immer noch 40 bis 50 leute so ist ja nicht aber na ich glaube der wird nicht noch mal zurückkommen wir versuchen mal mit dem sein eigenes tempo zu fahren aber das wird glaube ich zu viel kraft kosten gleich gibt es vermutlich den zusammenschluss zwischen dem hauptfeld und der bob jungels gruppe jawohl genau so ist es auch das heißt wir haben jetzt noch 36 soll wir versuchen mal ein bisschen weiter nach vorne zu fahren menschen 3 3 kilometer lange langer fünf sterne sektor da geht es richtig rund vorne immer noch von wahl und steuwen wir sind aber nicht so weit weg dahinter um dann alle favoriten wir sind ganz gut platziert ja gibt's die attacken die immer hofstetter ja aber wir haben nicht mehr viele optionen da offensiv zu fahren so ehrlich muss man sein lasst dich jetzt hier nicht komplett nach hinten zurückfallen mein freund das ist nicht so schön muss ich jetzt mal sagen aber wir bleiben weiter ein bisschen zurückhaltend aufmerksam hängen uns hier mal an steuwen oder und oder mohoritsch ran folgen da einfach nur hier mal und vanderpol hat sich vorne davon gemacht okay ja mohoritsch okay mit dem wenn wir zusammenarbeiten das ist in ordnung waren vorne auf vanderpol giermei mohoritsch und danny van poppel das ist gut ob jungels ja da kann jetzt leider in der gruppe hier nicht mehr folgen wir versuchen mal die position zu halten das machen wir mit von poppel ja geringe führungsarbeit sind immer noch 31 leute zusammengenommen und wir haben noch einen halb toten von poppel dabei ist einfach immer so stark das ist unfassbar auch wenn man vielleicht denkt ja das sieht bei den anderen genauso schmerzhaft aus in den beinen ich weiß es nicht ehrlich gesagt poppel hat ja auch gute werte gute tagesform ich habe schon wieder so meine bedenken ob das zu einem guten ergebnis reicht annapol machte jetzt einen guten job was ist denn wenn ich gar nicht arbeite weil wir müssen uns ausruhen ganz ehrlich ey wir müssen ein bisschen ausruhen der soll mal weiterfahren die anderen dahinter machen übrigens auch nix ja was dazu führt dass es wieder zusammen läuft ja aber was soll ich machen wir haben einfach keine kraft dafür wir können hier nicht mal wirklich den attacken hinterher gehen die nehmen uns jetzt hier wieder auseinander das ist die scheiße er kommen energie riegel wo ist pop jungels er wird hier zusammen gewertet in der gruppe aber das reißt gleich wieder auseinander heiße haben wir mal von ja wollen wir mal von hinten das feld auf an art dillie an der pool turner können hier mal sechs dann haben wir 45 ja da sind wir dabei es wird schon wieder rausgenommen nächste attacke von matz pedersen und von art stefan küm ja von poppelt versucht jetzt einfach nur zu folgen so gut wie er irgendwie kann und dann müssen wir hoffen dass es für ja top 20 das war es jetzt mehr als top 20 wird es wahrscheinlich nicht werden so circa was geht hier vorne jetzt ab ständiges hin und her von art pedersen und küm und dahinter das feld aber immer noch geringe abstände kaffur de labe jetzt attackiert matthieu van der poel hier nochmal zumindest ein bisschen aber nicht mit letzter konsequenz glaube ich jetzt bricht hier jetzt polit auch eine starke vorstellung kann nicht mehr ganz folgen dass wir zusammenlaufen und dann haben wir eine sechs mann gruppe aber auch da gönnt man sich das schwarze unter den fingernägeln sprichwörtlich nicht es ist wieder zusammen gelaufen wieder gibt es neue attacken welches team ist hier denn noch gut vertreten lidl hat zwei ja gut wismar hat drei optionen die können also natürlich auch von art erstmal los schicken laporte konnte glaube ich ganz gut kraft sparen von baal ist auch schon von vorne gefahren knapp um 30 sekunden vorsprung für fan art und bei den verfolgern ist bislang immer noch keiner so richtig in die offensive gegangen man fährt jetzt hier zusammen ins velodrom rein und ich glaube von art ist durch kommen wir mal wo dann nicht von poppel ist er ist hier in der gruppe mit nice lowell lampert und kann da nicht schlecht so ist es ja nicht wir hängen uns mal an kann dran mal gucken wofür das dann am ende reicht und von art baut seinen vorsprung aus 42 sekunden dahinter bereitet man sich auf den sprint vor wo ist von poppel okay der hat noch deutlich mehr zeit währenddessen gewinnt hier ja wald von art ziemlich easy leider die zieleinfahrt knapp verpasst an der pole wird dritter die zweiter wir gehen wir eben zu unserem wären hier über da wollen wir natürlich nämlich auch noch das bestmöglichste rausholen ja bisschen spät muss ich gestehen aber 17 her 16 war noch drin tibonais hätte ich noch absprinden können aber aber 17 mit van poppel 22 mit jungels es ist auch schwer paris robert es ist auch schwer also ich kann den jungs den beiden keinen vorwurf machen er hat ein bisschen pech dass bissiger reifen schaden hatte ich glaube der hätte noch mal ein bisschen mehr helfen können um von poppel vielleicht noch weiter in richtung ziel zu bringen jungels aus der initialen ausreißer gruppe dann auf platz 22 zu landen ist jetzt auch nicht schlecht aber wir haben halt nicht von art oder von der pole letztes jahr 30 dieses jahr 17 vielleicht schaffen was nächstes jahr dann endlich mal in die top ten ob wir müssen in klassiker bereich auch an firepower an manpower noch bisschen was dazulegen aber das soll es für heute erst mal gewesen sein mit diesem paris robert special beim nächsten mal geht es dann mit den aden klassikern weiter lasst doch gern like und ein abo da und schaltet gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zock pro cycling manager 2023 bis dahin macht's gut ciao